Die deutschen U17-Fußballerinnen sind bei der EM in Bulgarien ins Halbfinale eingezogen. Der sechsmalige Titelträger gewann sein letztes Gruppenspiel gegen Österreich in Albina 3 zu 1, 2 zu 0 und erreichte mit sechs Punkten als erster der Staffel B die K.O.-Runde. Dort trifft die Auswahl von DFB-Trainerin Ulrike Ballwege am Dienstag auf Portugal. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga-Videobeweis verhindert Bayern-Party-Innen. Fußball, Premier League, darum wollte United, Delict, Nicht-Reis, Hockey, ABM, Superstar, Dreis, Eitel, Erlös, DEB, Team Motorsport, Formel 1, Sporters auf Pulle, Vettel, Chancenlos, Fußball, Bundesliga, BVB, gibt Druck an Bayern, weiter Carlotta Wamsa per Doppelpack, 17., 69., und Sophie Weidauer, 38., trafen für das DFB-Team, das nach einem 4 zu 0 Auftaktsieg gegen England mit 2 zu 3 gegen die Niederlande verloren hatte. Christina Edlinger, 90.3, erzielte den Ehrentreffer für Österreich. Let's block X.Y. Let's block X.Y.